hallo meine lieben hier bin ich mal wieder mit einer neuen mod vorstellung ich habe jetzt überlegt tue ich das ding euch wirklich vorstellen oder was das ist lieber ich habe schon mal reingelegt aber egal also meine meinung sag ich nachher gleich nun gehen wir mal kann ja kann ja stax habe ich heute gerade gefunden und hier ist er der standard anders gibt es denn nicht und so wie ich sehe hat er hier rennschlappen drauf die gab es mal früher hier ist das gute stück hammer war jung einfallsreich der mutter muss ich schon sagen was mir auffällt überall eckig ja die farbe grenzt überhaupt nicht überhaupt ist alles matt nur ich weiß nicht sowas gibt es auch bestimmt besser aber dieses hier jetzt mal gucken was man ja ändern kann nix kabine nix hier hier kann man hier was ändern auf englisch irgendwas ja was macht er denn da das lenkrad bleibt da und und hier müssen wir mal innen reinklicken es macht gar nichts also das ist schon mal schon bescheiden das funktioniert gar nicht minuspunkt so traulat er bis 730 gut das können wir machen ein getriebe haben wir nur so jetzt haben wir hier hier tut er das umsetzen das alles so hier kann man es ist bleibt einfach nicht hier keine glänzende sachen war alles nur matt so was können wir hier machen hier kann man gar nichts machen was ist das hier tut sich gar nichts überhaupt nichts keine funktion hier kann man zwar das oben drauf machen aber das ist doch alles na gut da kann man was anbasteln also das wird angezeigt werden das gar nicht geht also noch nicht mal dieses ja das wäre das einzige gehe ich aber nicht weiter drauf ein so sonnenblende gibt es nur die eine und dann könnt ihr euren namen da platte ran machen das war es so dann haben wir hier dann da kommen wo wir dran kleistern machen wir wieder weg so und hier kann man nur noch nur und diese renner hier mit die knüppel an der seite und das war es dann so kann man da eigentlich ist ja nur in der vorgesehen also das tut auch noch nicht mal du kannst nichts machen es bleibt alles so ändert sich nichts doch hier hier ändert sich jetzt was merkwürdig na gut dann hat er sich jetzt geändert er ändert sich durch dass man hier und dann hat das ich doch geändert er Aber das ist das Einzige. Aber was soll man dazu sagen? Primitiv. Innen. Geht weiter nichts. Hier drinnen ist eine kleine Bank und Tisch. Das ist alles. Ja. Ich sage. Also so was Primitives ist mir schon lange nicht mehr untergekommen. Wenn ich die Jahre zurückdenke, noch nie kam mir so ein Schrott unter. Wirklich, nichts gegen den Modder. Das Modden ist bestimmt nicht einfach. Aber wenn ich sowas veröffentliche, dann will ich auch doch viel Zuspruch haben. Aber ich muss sagen, nett. Daumen nach unten. Total. Daumen nach unten. lohnt es sich gar nicht da irgendwie den überhaupt reinzunehmen. Nee, das ist Schrott. Wie sagt der eine Kollege? Da gibt es auch bei denen Hot oder Schrott. Ja. Müsste ich auch mal anfangen da, ne? Und das ist eindeutig Schrott. Den kaufen wir noch nicht mal. Macht noch nicht mal einen Sound-Effekt damit. Nee. Das, das, das. Oder soll ich noch machen? Kostet ja nix. Das ist ja nix. Okay, okay, okay. Ich kaufe den mal. Wo kann ich den hinschmeißen? Da. Jetzt habe ich das Scheiße gekauft. Ist ja nix. Dann müsste er hier sein. Da ist er. Dann muss ich da einsteigen. Auch noch. Jetzt muss ich den anderen auch noch verlassen. Gott, doch Gott. Ich denke mal, der sieht auch im Juli besser aus. Alle Rufe gehen gar nix. Ich will da mal fahren. Gleich noch mal. Ich weiß nicht mehr. Das sieht so aus, wenn da vorne überhaupt keine Scheiben so richtig drin ist. Diese Scheinstege hier. Mann, 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 Mann. Das meinte ich hier noch nicht. Aber das funktioniert. Das Mindeste, was man verlangen kann, war, dass die Lichter kommen werden. Ich weiß nicht. Mein Ding ist diese engige Kiste nicht. Es ist wirklich schon abgebildet. Da gibt es wirklich viel Benzbuss. Da ist jemand hier. Na gut. Das sollte es ja mal gewesen sein, ne? Ein kurzes Video. Na gut. Vielleicht könnt ihr ja meine Bedenken teilen. Also in meinen Augen ist er nicht. Ach, hab er ganz vergessen. Kicken wegen Scheiben. Scheibenbücher. Scheibenbücher gehen auch nicht. Tja. Da hat sich ja schon alles erledigt. Ich sag ja. Rott oder Schrott? Schrott. Kann ich nur sagen. Na gut. Aber ich wollte es ja unbedingt. Ja. Okay. Dann. Tschüssi Kowski. Bis zum nächsten Mal. Euer Zapp aus Berlin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.